Musik Endlich mal wieder eine revolutionäre Geschäftsidee in der Gastronomie. Dieses Schnellrestaurant macht seinem Namen alle Ehre. Es hat das Berechnungssystem umgestellt. Der Gast zahlt nicht mehr für die Menge oder Qualität der Speisen, sondern zu Buche schlägt nur noch die reine Essenszeit. Wer schneller futtert, spart viel Geld. Na dann, guten Appetit. Herzlich willkommen in unserem Schnellimbiss. Ich möchte Ihnen kurz die Spielregeln erklären. Wir sind die schnellste Raststätte in der Bundesrepublik Deutschland. Das heißt, Sie bezahlen nur die Essenszeit. Pro Minute kostet das alles 1 Euro. Das ist die Menükarte. Bitte schön. Darf ich Sie die Bestellung entgegennehmen? Ja, einmal Seefilet und einmal Rumsteak mit Kräutern. Ja. Klaus, an Küche? Einmal Seefilet und einmal Rumsteak mit Kräutern. Vielen Dank. Das habe ich auch noch nicht erlebt. Vielen Dank. Danke. Rot. Danke. Rumsteak. Klappchen. Kaffee. Danke. So, die Nachspeise, so, ich gebe das Startzeichen pro Minute ein Euro und ich wünsche Ihnen einen schnellen Appetit. Schmeckt's. Bis jetzt hat's geschmeckt, aber es gibt erste körperliche Abwehrsymptome. Trotzdem himmlisch dieses Esserlebnis findet auch der Geschäftsführer, der jetzt auf ein paar minimale Zuschläge zu sprechen kommt. Ist das jetzt für eine Person oder ist das für zwei? Wo machen Sie jetzt? Das ist Serviettenzuschlag. Wie in Italien. Das hätte ich vorher wissen sollen. Auch dieser Kunde erhöht gerade seine Gesamtrechnung. Das ist jetzt ein Zuckerzuschlag, ja. Kann das sein, dass ihr kurz vorm Pleite gehen seid? Serviettenzuschlag. Ja. So. Dann kommt noch der Romantikzuschlag. Für den Blumenstrauß. Besteck, Gabel. Wissen Sie, dass wir uns jetzt abzocken? Das habe ich mir aber nicht jeder. Wenn wir noch mal 20 Euro brauchen, sind wir nicht bei 50. Person. Pro Person 37, 53. Pro Person? Ja. Da haben Sie mich angeschissen. Das müssen Sie sich mal auch vorstellen, für dieses bisschen, was ich noch nicht mal gegessen habe. Für 37, nun stellen Sie sich mal vor, ich hätte mir Zeit gelassen, da bin ich 100 Euro los. Da haben Sie mich abgezockt. Aber es liegt mir auch ein... Das erzähle ich gleich dem Busfahrer, das Thema ist durch. Aber ich bezahle keine 37, 53 pro Person. Wenn ich für uns beide das bezahle... Schauen Sie mal, das ist ja jetzt noch Trinkgeld auf dem unteren Level. Auch noch, nee, nee, nee. Der bezahl ich 100, für 10 Minuten Essen, nix. 40 Euro bezahle ich. Und dann aber für uns beide und nix anderes. Das ist die Rechnung. Das hab ich mir gedacht. Herzlich willkommen. Nee. In der Fernsehsendung. Nix. Verstehen Sie Spaß. Du legst mich aber am Arsch. Ja, nee, das sag ich richtig. Das haben Sie gut gemacht. Das haben Sie in der Erde bekommen. Das haben Sie gut gemacht. Im Blickpunkt das CD-Hochhaus von Leipzig. So ein Gebäude hat natürlich einen Fahrstuhl. Aber da gibt es heute, weit oben im 20. Stock, ein unerwartetes Problem. Kommt der Teufel her. Hallo. Wie bin ich, bitte? Ja. Ist da jemand? Ja, ja. Irgendwann ist da jemand? Bitte. Doch, ich bin da. Öffnen Sie die Tür, bitte. Ja, bitte. Können Sie die Tür öffnen? Jetzt. Gott sei Dank. Endlich. Ich bin gerade durchs Plexiglasdach gekragt. Es ist nichts passiert soweit. Ich war auf einem Rundflug über Leipzig mit meinem Superpropeller. Und dann, ich weiß nicht, ist der Fallschirm, hat sich geöffnet, der Notfallschirm. Und ich bin hier rein. Können Sie bitte die Feuerwehr rufen? Bitte nehmen Sie das Funkgerät. Das geht hier nicht. Die Feuerwehr rufen? Die Feuerwehr, einfach da. Spreche ich auf hier drin, kriege ich keinen Kontakt. Hallo? Ja, hallo. Ja, hallo. Hallo, ich stehe hier im City-Hochhaus, im Holenzahn, auf dem Augustusplatz. Und hier ist irgendwo einer oben durchs Plexiglasdach gefallen. Aber ich halte mir, es geht noch. Es geht ihm, der hängt hier im Fahrstuhlschacht. Bleiben Sie bitte an der Türe, wir kommen. Jawohl, ich bleib mal an der Tür. Wie ist er denn reingekommen? Einfach durchs Plexiglas. Der ist durchs Plexiglas eben durchgeflogen. Wo ist das? Sie müssten hier in der 21. Etage ins Uni-Hochhaus kommen unbedingt und den Mann befreien. Gut, wir werden anrücken. Bleiben Sie bitte an Ort und Stelle. Ja, ist in Ordnung. Die Leipziger sind wirklich nicht so leicht aus der Fassung zu bringen. Angaben bitte zur eigenen Person. Ja, ich bin Taxifahrer. Bin durchs Zufall hier an der 21. Etage. Da bleiben. Ja. Nicht weggehen. Nein. Da schwebt er auch schon wieder von dannen. Während der Taxifahrer vorbildlich am Fahrstuhl ausharrt und auf die Feuerwehr wartet. Die wird auch gleich eintreffen. Und ein Gesicht könnte ihm dann bekannt vorkommen. Unser Lockvogel fühlt sich nämlich nicht nur in der Rolle des abgestürzten Superhelden-Pudel wohl, sondern auch als Rettungsmann. Hier hängen wir drunter. Zu ganz hier rechts zu einer die Tür bitte absichern. Feuerwehr Leipzig zu ganz. Müller, bitte da vorne hin. Ruhe, was ist passiert? Also ich bin hier rausgekommen von der Firma und da hat er hier geklöpft und hat nach Hilfe gerufen. Und da habe ich hier auf die Knöpfe gedrückt, da ging das ab. Da ging er hier runter und ich habe gedacht, dass er hier an dem Fahrstuhl arbeiten, weil der Fahrstuhl hier unten steht. So, und jetzt ist er irgendwo hier drin. Sind Sie noch da? Ja, hallo! Kein Fallschirmspringer, da besteht jetzt aber Klärungsbedarf. Ich würde da hin, das... So, Moment, Moment. Sie haben gerade gesagt, Sie haben einen Alarm ausgelöst, weil ein Fallschirmspringer... Was ist denn, dass er ein Fallschirmspringer? Im Fahrstuhlschacht? Ja. Aber wer irgendwie durch ein Plexi geleistet wird, wenn ich habe ja hier seinen Flug gerät. So, Zug 1 bitte abrücken. Kleinen Moment. Sie kommen bitte mit. Bei einem Fehlalarm versteht die Feuerwehr ja überhaupt keinen Spaß. Können wir kurz das Büro für 5 Minuten nutzen? Das ist ein Ernstfall, ja? Na klar. In dem Handball ist kalt drin hier. So, bitte. So. Schön ist er ab. So. So, jetzt gebe ich Ihnen noch eine Chance, das in Ruhe mir bitte mal zu erklären. So. Jetzt. Was haben Sie gesehen? Ein Mann, der hat drin geklöpft und hat nach Hilfe gerufen. Wo? In diesem Fahrstuhl. Ich bin doch nicht beklöpft. Ich habe dieses Fluggerät von dem hier in der Hand. Mann, Sie wissen, was ein Einsatz kostet? Wenn wir kommen, die Feuerwehr Leipzig, eine der besten der Bundesrepublik. Wenn wir kommen, Sie wissen, was das kostet. Weiß ich nicht. Woher soll ich das noch wissen? Wo haben Sie das Fluggerät her? Das hat der Herr mit, das hat der Mann mir in den Forschung geschockt gegeben. Entschuldigen Sie doch nur. Spiderman, 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 does whatever a spider can, spins a web, any size, catches feeds, just like Clyde's, look out, here comes the Spiderman. Is he strong, bliss in blood, he's got radio-active blood, can he swing? Das stimmt auch. Schauen Sie mal bitte hier hin. Drehen Sie sich mal bitte schnell um. Bitte? Drehen Sie sich mal bitte schnell um. Sie sollen sich mal bitte umdrehen. Darf ich Sie mal bitten, bitte, lenken Sie nicht. Ich bin das wirklich, ne? Karl-Heinz, bitte. Nee. Jetzt drehen Sie sich irgendwo weg, das ist wieder mal. Und er hat auch nichts gesehen, also ich bin bekloppt. Jetzt kommt der Röder, also entschuldigen Sie doch. Jetzt, passen Sie mal auf, schauen Sie mich bitte an. Ja, ich glaube. Sie behaupten, es war ein Mann im Fahrerstuhl mit einem Falschirm. Ich muss ja jemanden verrückt machen. Nein, bitte. Können Sie doch mal bitte da einen Chance hin machen. Aber gehen langsam, das ist er nämlich gleich wieder weg. Jetzt. Sie sehen den Röder nicht. Es wird ja immer schlimmer mit dem Mann. Zeit, ihn zu erlösen. Können Sie bitte mal, können Sie bitte mal kommen? Setz dich doch bitte mal hin. Karl-Heinz ganz ruhig bleiben. Das, denke ich, klärt sich gleich ganz alleine. Mhm. Drehen. Schauen wir. Verstehen Sie Spaß? Das ist ganz gut. Irgendwie hätte ich mir fast schon was gedacht. Fast. Herzlich willkommen in der Fernsehsendung. Verstehen Sie Spaß? Es war ein gesellschaftliches Ereignis und alle standen im Blitzlichtgewitter. Ob nun Helden des Sports oder Stars der Klatschspalten. Auch Fotomodell und Moderatorin Gitta Sachs gab sich ein Stelldichein. Auf der Gala im Europapark Rust, mit der die Deutsche Tourenmeisterschaft eröffnet wurde. Hallo, Boris Erdmann, ich bin der Rennerleiter hier. Sehr schön. Ja, du möchtest dich heute mal ausprobieren? Ja, so ganz sicher bin ich mir noch nicht. Warum nicht? Ja, ich hoffe, dass er nicht zu schnell wird, so mit 20, tuk, tuk. Die Chance hat man nur einmal. Ich finde es jetzt ganz cool eigentlich. Ja, der Fahrer ist gerade noch, glaube ich, im Interview. Und hier? Ja. Gitta Sachs ist hin- und hergerissen von der Aussicht auf den Schnupperkurs. Aber mit dem Schweden Matthias Eckström hat sie einen erfahrenen DTM-Piloten als Chauffeur. Ich lege mein Leben in deine Hände. Ja. Gut. Du musst dich noch umziehen dafür, weil du bist natürlich nicht in den Wagen. Ja. Das ist doch so. Das ist doch schick aus. Ja. Tapfer geht Gitta an den Start. Währenddessen unterlaufen unserem Streckensprecher ein paar leichte inhaltliche Fehler. Was redet denn der? Was redet denn der für ein Mist? Ich bin überhaupt nicht mit Gitta Sachs verwandt. Und jetzt kommen wird, denn sie hat gerade Platz genommen und auf den Beifahrersitz im Fahrzeug. Von Boxenluder bin ich auch kalt. Du fährst aber nicht so zickzack und so. Nein, nein, nein. Wenn ich so schnell, dann sagst du mich, das ist schnell, bitte langsamer. Ein paar Meter zum Aufwärmen, aber dann. Und dann tauchen die ersten Probleme am Wagen auf. Da war es auch ein Erfolgsfahrer nicht weiter. Scheiße, die rote Ampel kommt an. Scheiße. Was heißt das? Es ist etwas falsch mit Auto. Okay. Musst du kurz aussteigen? Nein, nein, warte, warte. Es hat einen Funktion. Es ist cool. Ich rufe meine Mechanik an. Warte, warte. Hallo, hier ist Matthias. Etwas war falsch mit Auto. Was soll ich machen? Dann komm ins Technikzelt. Wir haben Ersatzmaterial drinnen. Okay, ich komme gleich. Gitter vertreibt sich die Wartezeit mit einem Blick auf die Armaturen. Ich frage mich hier, wo der Schleudersitzknopf ist. Jetzt taucht unser Lockvogel auf, der sich als Autofan ausgibt und eine unverhoffte Chance erblickt. Voll geile Kiste. Ja, aber Sprit ist leer. Aber geil. Ne, kleiner Motorschaden oder irgendetwas. Ne, kleiner technischer Schaden. Das ist eine vollgeile Kiste. Jetzt kannst du laut sagen. Weißt du was, da setzen wir mal rein. Solange der weg ist. Machen wir was. Da setzen wir mal rein. Mach bloß keinen Scheiß. Mach bloß keinen Fehler. Das ist ja geil, wenn ich einmal die Chance bekomme, in unser Auto reinzusitzen. Bist du zum ersten Mal in so einem Auto? Mhm, ja. Echt? Mhm. Hey, das ist ja... Was machst du jetzt? Mal anschnallen. Na lass mal, lass mal, lass mal. Ich kann hier nicht aufstecken. Wie knapp wie das hat. Spinnst du? Hey, das ist ja echt geil. Was machst du? Lass mal, komm, ich starte mal. Nein. Komm, wir starten mal. Nein. Nein, sag mal, geht's da? Sag mal, geht's da? Nee, sag mal, schau mal. Und ab geht die Post. Ah! Schau mal, schau mal, schau mal, schau mal, schau mal, schau mal. Gitter genießt inzwischen jeden kleinen Schlenker. Ich hau lieber wieder ab, gell? Sag bloß nix von mir. Danke. Gitter hat genug von der kleinen Spritztour. Schade. Das Rathaus von Landshut. Hier im Bürgerbüro freut man sich über aufgeräumte Vorgesetzte und aufgeweckte Untergebene. Grüß Gott. Mein Name ist Schimmel. Ich bin der Amtsleiter des Bürgerbüros. Das hier ist dein bester Mitarbeiter, Herr Binmuth Döser. Und wie man sieht, war die letzte Nacht leider sehr kurz. Grüß Gott. Darf ich zu Ihnen jetzt schnell reinkommen? Hallo. Hallo. Im Moment scheint wohl keine Dienstzeit zu sein, da sollte man besser nicht stören. Ja. Grüß Gott. Grüß Gott. Ich stehe schon weiter da. Ich bin müde Döser. Nehmen Sie bitte Platz. Ich hab wohl ein kleines Nicchen gemacht. War gestern Abend ein bisschen ... Bisschen spät worden, oder? Verzeihung. Kein Problem. Ich möchte gerne einen Pass beantragen. Ja. Da hat man mich hier zu Ihnen reingeschickt. Einen Pass. Ja, ja. Sehr schön. Ich hab jetzt noch ein paar Fragen bevor es losgeht. Mhm. Waren Sie schon einmal bei uns im Bürgerbüro? Hier? Nö, war ich noch nie. Also drinnen in der Stadt, wie ich meinen Pass beantragt hab halt. Gesamteindruck? Vom Haus mailen Sie jetzt? Ja. Ja, doch. Die umfassende Befragung hat schon wieder alle Reserven aufgebraucht. Hallo. Ich bin ein Mütöser und ich hab nicht geschlafen. Doch, das haben Sie schon. Ich konzentriere mich, ja. Danke. Verzeihung bin ich ... Also Sie schlafen unter dem Gespräch am Computer eigentlich. Das war gestern so eine ... Ja, ich versteh schon. Aber das darf man ... Wissen Sie, so Service ... Also das ist mir wirklich noch nie passiert. So noch mal zur allgemeinen Bürgerbefragung. Waren Sie schon mal bei uns im Bürgerbüro? Das haben Sie mich schon gefragt. Und dann hab ich Ihnen beantwortet. Ich war drüben beim Herrn Tausche. Hierin war ich noch nicht. Nein. Tut mir leid, das ist gelöscht. Also ich bin da ... Ja, ja. Ich hab's jetzt schon bemerkt. Verzeihung. Ähm ... Und ... Und ... Wie ist Ihr Eindruck vom Bürgerbüro? Ja, also da kann ich jetzt im Moment, wenn ich Sie jetzt ... Kein Guter. Ganz einfach so. Also sind Sie mir nicht böse. Aber selbst wenn Sie Fasching gefeiert haben. Also ich mein, wenn ich in eine Behörde reingehe, dann akzeptiere ich zwar, was weiß ich nicht, aber das ist mir da ein wenig heavy. Das ist wirklich ein bisschen viel. Ja. Bitte schön, nicht wieder einschlafen. Bitte schlafen Sie mir nicht nochmal ein. Sonst krieg ich nämlich hier aus. Was ist denn ... Was ist denn hier los? Was ist ... Herr Binmut Döser. Schlafen Sie. Das gibt's ja gar nicht. Ja, das ist doch schon ... Verzeihung. Entschuldigung. Wie bitte? Verzeihung. Das hat doch keinen Sinn. Der Herr kommt ja auch gar nicht mit, was Sache ist. Ich bin kurz eingenickt. Man nickt hier nicht kurz ein. Das geht nicht. Georg, wir haben gestern ausgemacht nach dieser ... Wir hatten Junggesellen. Ich weiß, ich weiß. Das ist ja alles verständlich. Wissen Sie, ich hab da größtes Verständnis. Aber ich bitte Sie. Also das ist ein bisschen ... Was wirkt denn das für ein Licht auf die Behörde? Das wirkt kein gutes Licht. Jetzt gehen Sie nach Hause und schlafen. Ja, das ist das Geschick. Verzeihung. Das ist ja wirklich ... Lassen Sie einen nicht mehr blicken. Heute. Also, was war Ihr Begehr? Also, Pass möchte ich gerne haben. Er hat da meinen Pass runtergeschoben irgendwo. Ich weiß nicht, wo er ihn hieltan hat. Was? Fragen Sie mich, bitte ich den jetzt nicht. Also, wenn er ihn jetzt nicht mehr hat, dann kriege ich gleich die Krise, gell? Ja, den wird er schon haben. Also, wenn er den jetzt verschlampt hat ... Andererseits bräuchte ich auch den Pass. Ja, das ist doch ganz klar. Also, das darf ja alles nicht mehr machen. Jetzt ist er nach Hause gegangen mit Ihrem Pass. Was wollten Sie das machen? Ich weiß nicht, ob er meinen Pass hat oder nicht. Also, das ist also das Letzte. Was möchten Sie noch wissen? Ich möchte jetzt gar nichts mehr wissen. Ich muss wissen, Ihr persönliches Pass ... Da hab ich ihm vorhin gesagt, Karsten ... Karsten. Waren Sie schon mal da? Noch gar nicht. Noch gar nicht. Ich werd's nicht beantworten. Ich möchte einen Pass beantragen. Mehr will ich nicht, sonst meine Böse. Wenn ja, wie waren Sie mit dem Service zufrieden? Nicht zufrieden war ich. Gott, nicht? Warum? Herr Schimmel, so kommen wir jetzt ... Jetzt geben Sie mir bitte schön mein Pass wieder. Und dann komm ich auch. Hier sind wirklich alle vorbildlich in Ihrem Arbeitseifer. Verzeihung. Das hat jetzt also Konsequenzen. Ich wollte Ihnen nur sagen, den kriegen Sie nicht wach. Weil wir haben gestern so irre gefeiert. Ja, schön zu sehen. Ich wollte Ihnen nur noch eins sagen. Wissen Sie, wer ihn wachkriegt? Ja. Frank Elstner. Hallo Herr Schimmel, herzlich willkommen ... ... in der Fernsehsendung. Verstehen Sie Spaß.